Eine Reise rund um die Welt. Aria und Jörg machen eine Reise rund um die Welt. Was kann man wo machen? Was kann man in Deutschland machen? In Deutschland kann man das Brandenburger Tor in Berlin besuchen. Man kann auch eine deftige Bratwurst in Deutschland essen. In Deutschland fotografiert Jörg das Brandenburger Tor und Aria kauft sich eine Bratwurst mit Brötchen. Was kann man in Kanada machen? In Kanada kann man viele schöne Seen erkunden. Sie machen ein Picknick mit Freunden am See. Sie machen ein Picknick mit Freunden am See. Was kann man in Südafrika machen? In Südafrika kann man Wildtiere beobachten. In Südafrika kann man Wildtiere beobachten. Arja beobachtet einen Löwen und eine Löwin. Arja beobachtet einen Löwin und eine Löwin. Was kann man in der Schweiz machen? In der Schweiz kann man Skifahren. In der Schweiz kann man gute Schokolade probieren. In der Schweiz kann man gute Schokolade probieren. Die Touristin kauft eine feine Schokolade, um sie später zu Hause zu probieren. Was kann man in Brasilien machen? In Nordbrasilien kann man den Urwald kennenlernen. In Nordbrasilien kann man den Urwald kennenlernen. Arja und Jörg genießen eine Strandparty in Salvador. Arja und Jörg genießen eine Strandparty in Salvador. Was kann man in Japan machen? In Japan kann man den ikonischen Berg Fuji filmen und fotografieren. In Japan kann man den ikonischen Berg Fuji filmen und fotografieren. Arja postet die Fotos dann in sozialen Netzwerken und bekommt viele Likes. Arja postet die Fotos dann in sozialen Netzwerken und bekommt viele Likes. Arja liebt Sushi, aber Jörg isst lieber Ramensuppe. Was kann man auf Barbados machen? Auf Barbados kann man wunderschön schnorcheln. Auf Barbados kann man wunderschön schnorcheln. Im Restaurant probiert Arja den berühmten Flying Fish, das Nationalgericht von Barbados. Was kann man in Österreich machen? Man kann mit dem Riesenrad in Wien fahren. Man kann mit dem Riesenrad in Wien fahren. Arja und Jörg essen Schnitzel mit Pommes und trinken ein Bier in Salzburg. Was kann man in der Mongolei machen? In der Mongolei kann man wunderschöne grüne Landschaften und mysteriöse Wüsten kennenlernen. In der Mongolei kann man wunderschöne grüne Landschaften und mysteriöse Wüsten kennenlernen. Arja und Jörg planen hier in einer Jurte bei Nomaden drei Tage in der Natur zu verbringen. Was kann man in England machen? In London kann man den Buckingham Palace, den Big Ben und den Westminster Palace besichtigen. In England kann man den Buckingham Palace besichtigen. In England ist Jörg bangers and mash. Das heißt Würstchen mit Kartoffelpüree und Soße. In England ist Jörg bangers and mash. Das heißt Würstchen mit Kartoffelpüree und Soße. Was kann man auf den Philippinen machen? Man kann ein Paar der mehr als 7000 Inseln besuchen und kennenlernen. Man kann ein Paar der mehr als 7000 Inseln besuchen und kennenlernen. Arja bestellt und probiert Pansit, ein leckeres Nudelgericht aus den Philippinen. Was kann man in Kolumbien machen? Man hat eine wunderbare Diversität der Natur zur Verfügung stehen. Man kann die Karibik und Pazifikküste, den Regenwald und die Anden in nur einem Land besuchen. Arja und Jörg trinken einen authentischen kolumbianischen Kaffee in der Hauptstadt. Bogotá. Arja und Jörg trinken einen authentischen kolumbianischen Kaffee in der Hauptstadt Bogotá. Was kann man in Ägypten machen? Man kann eine Tour zu den berühmten Pyramiden von Gizeh machen. So wie viele Touristen entscheiden sich Arja und Jörg auch für eine Kreuzfahrt auf dem Fluss Nil. Was kann man in Russland machen? In Russland kann man Matroschka-Puppen als Andenken kaufen. In Russland kann man Matroschka-Puppen als Andenken kaufen. In Moskau muss man unbedingt die Basilius-Kathedrale sehen. In Moskau muss man unbedingt die Basilius-Kathedrale sehen. Arja und Jörg nehmen die Transsibirische Eisenbahn. Arja und Jörg nehmen die Transsibirische Eisenbahn. Sie fahren 10.000 Kilometer von Westrussland bis Bladivostok. Sie fahren 10.000 Kilometer von Westrussland bis Bladivostok. Was kann man in Frankreich machen? In Frankreich gibt es viele leckere Gerichte wie zum Beispiel Croissants, Baguettes und Zwiebelsuppen. In Paris nimmt Arja ein kurzes Video in der Nähe des Eiffelturms auf. Heute sind sie sehr romantisch. Was kann man in den Vereinigten Arabischen Emiraten machen? Man kann die besondere Skyline der Stadt Dubai bewundern. Man kann die besondere Skyline der Stadt Dubai bewundern. Aria und Jörg wollen im berühmten Hotel Burj Al Arab wohnen. Aber es ist sehr teuer. Aria und Jörg wollen im berühmten Hotel Burj Al Arab wohnen. Aber es ist sehr teuer. Sie können sich das Hotel nicht leisten. Sie können sich das Hotel nicht leisten. Was kann man in den Vereinigten Staaten von Amerika machen? Man kann sich das Weiße Haus in Washington anschauen. Man kann sich das Weiße Haus in Washington anschauen. Pastoren und Jason, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, In den Vereinigten Staaten von Wisconsin, Sie können sich das Hotel nicht verstehen. Aria und Jörg besuchen Cowboys und reiten Pferde in Texas. Aria und Jörg besuchen Cowboys und reiten Pferde in Texas. Hast du eine Frage zu diesem Video? Schreibe sie in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen hoch. Und abonniere unseren Kanal.